Hallo meine lieben 999-Freunde und willkommen zurück zu Let's Play 999. Erstmal muss ich mich ganz fett entschuldigen dafür, dass in der letzten Zeit keine Videos kamen. Das hatte nämlich einen Grund. Ich habe aus meiner eigenen dummen Dummheit meinen Speicherstand von 999 überschrieben. Ja, ich musste von ganz Anfang an nochmal anfangen, spielen bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Und das war nervenaufreibend, aber ich hatte ja Gott sei Dank die meisten Rätsel mir aufgeschrieben. Deswegen war das mit den Rätseln kein Problem. Ja, ich habe jede Entscheidung und alles genauso gemacht, wie wir es vorher gemacht hatten. Jede einzelne kleine Sache, die wir gesagt haben oder gedacht haben oder wo ich auch denke, keine Ahnung, die ich falsch gesagt habe. Ich habe alles genauso gemacht wie vorher. Und ja, in der letzten Folge erinnert ihr euch daran, dass Snake gestorben ist. Und die anderen, also Seven hat vermutet, dass zwei andere aus unserer Gruppe ihn umgebracht haben. Und Clover hat dann den Verdacht herausgetan, gesagt, dass einer von uns noch verbleibender... Ja, wie viel sind wir jetzt eigentlich noch? Sieben? Keine Ahnung. Ähm, acht? Oder so. Keine Ahnung, wie viel wir jetzt noch sind, dass einer von uns Zero sein könnte. Und naja, jetzt hat Ace das Wort übernommen und er sagt... Und er meint, wir wissen alle genau, wohin wir gehen. Ich weiß nicht, wohin wir gehen. Wir haben so viele Schlüssel und alles. Ähm, their next destination was Mercury. Wir hatten in mehr Kuschelzüfen irgendwo. Ja. It said, bolted, to the wall near the stairs, that led to the casino and the kitchen between the two elevators. The Mercury card reader. Von wo haben wir nochmal die Mercury card? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich hab's gerade durchgespielt, nochmal von vorn und ich weiß nicht mehr, wo die Mercury card war. Ich weiß es echt nicht. Ähm. Junpei stood in front of it with the Mercury key card. Seven had given him the card. Achso, was ich noch erwähnen wollte ist, falls ich zu laut oder zu leise sein sollte, liegt es daran, dass ich ein neues Mikrofon habe. Und ich noch nicht wirklich mit den Einstellungen damit so klar komme. Denn zum Beispiel bei meinem anderen Let's Play Projekt, Downfall, ist es nämlich viel zu laut gewesen. Und... Ah, die Musik. Ähm. Es tut mir leid, falls es hier irgendwie komisch klingt, zu laut oder zu leise oder zu hallig oder zu metallern oder keine Ahnung. Ich versuche im Editieren dann das Beste draus zu machen. Äh, nur damit ihr das wisst. Dass ich das in den nächsten Parts so versuche, ein bisschen besser zu machen. Oder mir gegebenenfalls ein neues Mikrofon kaufe. Nochmal. Ähm. Oh je. Äh, I phoned it when we were checking out the shower room. Ach, dankeschön. Gut zu wissen. Ich habe doch damals gesagt, da in Tür 3 ist doch bestimmt auch eine Keycard oder ein Schlüssel. Da, wo die dann so hingegangen sind, um Snake zu finden. Aber okay. Ähm. At least, that's what he'd said. Ich glaube, es stimmt nicht. Okay. Junpei slid the card through the reader. The light on the reader turned green and made a tiny electronic noise. Now they were ready. Junpei and Jun had been chosen as investigators. The reasoning being, that they'd been to E deck before, and no one else had. As before, Junpei sent the elevator ahead, to make sure the floor they were heading to wasn't flooded. Okay. As before, the elevator returned as dry as when it had left. Perfect. Once it had been checked for water, Junpei and Jun stepped into the elevator. There were only two floor buttons they could push. The C button and bottom buttons. The rest were destroyed or did nothing when pushed. Junpei hit the bottom button. Also runter aufs E deck. The door closed. Slowly, they began to move downward. Some time later, Junpei and Jun stepped off the elevator and onto the bottom deck. Ist das nicht das E deck? Ist bottom deck und E deck nicht das gleiche? They stepped off and sorted the hallway to their right-ended somewhere between 15 and 25 feet from them. Ich hab keine Ahnung, wie das ist. Ich kann nicht in Fuß rechnen. The hallway in front of them was a dead end. End. But not a regular dead end. Oh, willst du mich verarschen? This is the numbered door. Ach, das ist doch nur Tür 2. Das ist die... Die... Eight... 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 Oh je. Die achte one we found. Das ist ein schlimmes Wort. Das da. Das ist richtig schlimm. Für Leute, wie ich, die kein TH aussprechen können. Das ist richtig, richtig schlimm. Um... There were two numbered doors on B deck, near the central staircase. Ja, fünf und vier. Ja, there were doors five and four. There were three more numbered doors in the large hospital room. Doors three, seven and eight. Ja. Junpei and Jun had found another door on E deck and Lotus and Santa found the sevens on the A deck. There was a six on the E deck and a one on the A deck. Five, four, three, seven, eight, six, one and now door two stood in front of Junpei. Warte mal, das heißt, danach, wenn wir da durch sind, kommt nur noch Tür 9. Damn! Wir sind bald raus aus dem Ding. And there was only one thing it meant. Do you think the next door we find... Danke, genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Yeah, I think so. The next door is gonna be door nine. Despite himself, Junpei felt excited. There was something about that excitement that frightened him as well. He did his best to put it from his mind and tell it back to C deck with Jun. Ja, ich weiß, was Junpei meint. Nämlich die Tatwache, dass nicht alle durch die neunte Tür durchkommen und ein paar hierbleiben und dann wahrscheinlich sterben. Mmh. Ich bin aufgeregt. Okay. Alright, let's open this up. The pieces of paper they folded up lay on the ground next to Junpei's legs, no? There were seven of them, all told. They were written on paper, pulled from Junpei's notebook. And each one bore a codename and a door. Oh nein, wir machen das jetzt hier random, wer wohin geht? Och nö. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Falls ihr verstehen, also ich hab mit meinem guten Freund Flo, an dem ich jetzt Grüße aussende. Hallo, grüße Flo. Also, habe ich schon mal durchgerechnet, im Voraus, wie das ist, mit wer in welche Tür geht. Aber da wusste ich nicht, dass es Tür 2 schon gibt. Also haben wir beide gerechnet, nur mit Tür 6 und Tür 1. Und so hab ich dann schon im Voraus, damit ich euch hier nicht lange aufhalten muss, im Voraus meine Entscheidung getroffen, mit wem ich durch welche Tür gehen möchte. Und jetzt sagst du mir, du willst wo? Oh, danke Junpei, du hast meinen ganzen Plan kaputt gemacht. Ähm. They decided it wasn't fair to simply ask everyone at once. That would allow people to force others to go through certain doors. Well, that wasn't the only reason. Junpei had proposed the voting system and he had a plan. Willst du mir deine Pläne vielleicht mitteilen, Junpei, damit ich das auch weiß? It wasn't a plan he wanted everyone catching wind of, however, so he did his best to act calm, as he began to open and read the pieces of paper. Okay. The first one read... Ace requests door 1. Ja klar, Ace 1. Simple. Yes, I do. Would you like me to explain why? No, we didn't have the time for that, sorry. Oh, wie kann man... Let's keep going. He opened the second one. Next is Santa. He wants door 6. Yeah, that's what I wrote. Junpei continued with the third, fourth and fifth piece of pieces of paper. Oh god, schaffe diese Wörter. Clover wants 1. Lotus wants 2. And 7 also wants 2. Wait a minute. Wait a minute. There's no way I'm going anywhere with the elephant man. No, Lotus is always like a lamp like before. Sorry for the strength expression, but it's just like that. No. There's been no point of to the voting system if we let people change their choices because of stuff like that. But just give it up, Lotus. It's not like I wanna hang out with someone with some ex... Exhibitionist grandma. Alter, das ist der Spruch, den ich am meisten feier. Exhibitionist grandma. I'm not an Exhibitionist. Guck dich an, Lotus, wie du rumläufst. Also, dein Top brauchst du nicht. Da sieht man schon eh alles genug. I'm wearing clothes. Kaum. Danke, Seven. Stimmst mir zu. Barely. So. Last I checked, that's not a crime. Maybe. But what about common decency? Decency. Decency. Oh, ich lach gerade wieder vor heulen. Nein, ich heule gerade vor lachen, wollte ich sagen. Nobody wants to have to... Nobody wants to have to look at a chick who looks like a half naked racist. Oh mein Gott, was ist hier gerade los? Eine halbnackte Rosine, wirklich? Okay, ich glaube, das bleibt. Lotus ist meine halbnackte Rosine. Okay. Äh. Rrrr. Das war komisch. Lass mich das nicht nochmal machen, bitte. I'm going to kill you. Alter, prügeln die sich gerade? Oh mein Gott. Lotus, hör auf. Lotus' hair flared out like the mane of an angry lion and she roared with a voice that shook the walls. With some difficulty, Ace managed to restrain her. Oh mein Gott. Junpei, read the rest. Alright. Oh mein Gott, this is cool. Junpei tore his eyes away and looked down at the sixth of the paper. He opened it. Jun wants door six. Yes. I don't really have any reason. I just felt like it. Ja, weil du Nummer sechs bist. Tür Nummer sechs. Das ist so unterbewusst. All of the papers, safe Junpei's, had been read. He did some quick calculations in his head. People who requested door one, Ace and Clover. Okay. This was the door in Eredeck near the central staircase. People who requested door two, Seven and Lotus. This was the door on the bottom deck and could be reached by taking the elevator to the bottom of the ship. No. People who requested door six, Santa and June. This was the door on the Eredeck and could be reached by taking the elevator near the central staircase down. Ja. Das war also ein kleines Recap. It took him less than a second to run the numbers. He opened a seventh piece of paper and spoke. Okay. The last one is mine. I want to go through. Er hatte nichts draufgeschrien, der Bastard, und wollte gucken. Ahahaha. Junpei. Okay. Ich erkläre euch, was ich und Flo, ich glaube, letzte Woche zusammen gerechnet haben. Wir haben ausgerechnet, es gab keine Tür zwei, also haben wir ausgerechnet, wer alles durch Tür eins und durch Tür sechs kommen wird. Und wir kamen zu dem gleichen Ergebnis, dass Seven und Clover durch eins gehen und dass Santa und June durch sechs gehen. Und ich habe damals meine Entscheidung getroffen, dass ich nicht mit Ace und Clover mitgehen möchte, sondern mit Santa und June durch Tür sechs. Das hat auch einen speziellen Grund, nämlich weil ich mit June zusammenbleiben möchte und nicht mehr von June getrennt sein möchte. Ich weiß, bei mir ist es June, so ein On-Off-Ding mit ich vertraue ihr, ich vertraue ihr nicht, aber im Endeffekt, June ist die einzige, die ich aus Kindheitstagen kenne. Und ich möchte ein bisschen das bewahren. Außerdem vertraue ich Santa. Tut mir leid. Ich vertraue ich Santa. Und es ist halt, ich vertraue Seven nicht und Lotus nicht. Das ist zumindest ziemlich gut, dass die Tür zwei jetzt weg sind. Und die Sache mit Clover und Ace ist halt, Clover wollte mir zwar noch was erzählen, aber ich möchte ehrlich gestanden nicht June alleine lassen. Deswegen sage ich, dass ich durch Tür sechs gehen möchte. Ha, das war jetzt eine perfekte Erklärung. Ich möchte durch Tür sechs gehen. Junpei flippt open a piece of paper. It read Junpei door six. Of course it did. He'd written it after all. Ach so, ich dachte, da steht nichts drauf und er hat sich das jetzt einfach nur so ausgemacht. That's a problem. June spoke barely above a whisper, but they all knew what she'd said. None of these teams will be able to go through the doors they want. Clover and I choose door one. Lotus and I choose door two. That's not enough people to open a numbered door, however. The digital routes don't match up either. We've got similar problems. June, Junpei and I want to go through door six. But our digital route is five. Ja, das heißt, wir nehmen Ace mit zu uns, weil wir bräuchten noch Ace. Die anderen, also Lotus, Seven, äh, Clover und, äh, das war's eigentlich. Aber was hätten die denn für die digital route? Fünf plus acht plus sieben. Ich weiß, ich will mir das jetzt nicht so viel rechnen. Um, if we're gonna open that door, we need a one. Sag ich doch, Ace. Damn, what are we going to do now? What are we going to do? Junpei crossed his arms and did his best to put his thoughts in order. The others followed suit, but with little result. Okay. Danke, du hast für mich gerechnet, Clover. Das, was ich vorhin nicht rechnen wollte. Sieben plus acht plus vier ist neunzehn. Eins plus neunzehn, eins plus null eins. Ja, stimmt. Das, was ich nicht rechnen wollte. The first problem resolved. Ace spoke up. What about me? Isn't that obvious? Wasn't one of the teams just complaining that they didn't have a one? Hence, hence, Ace, du kommst zu uns in Tür sechs? You mean, I should join Santas team. Wieso ist es Santas team und nicht mein Team? Ich mein, ich bin viel cooler als Santa. Clover nodded, her face still cold and emotionless. Ja, weil sie den abgefuckten Totenkopf ihres Bruders sehen musste. Das arme Ding. Ich putte sie auf den Kopf. Es tut mir leid. Okay. Her attitude and posture could not have been more different than the energetic girl of only a few hours before. So schnell können sich Leute verändern. No one seemed ready to contradict her. Her response was understandable, given the horrible situation in which she had found herself. But even so, I understand. I will go through door 16. Yay! Ich hab mein Traumteam. Ace, der Papa unserer Gruppe. Zusammen mit June, meiner Ische irgendwie. Und Santa. Ich weiß auch nicht. Auch meine Ische irgendwie. Finde ich geil. If we do as Clover has suggested, we can all pass through a numbered door. No one will be left behind. This seems to be the most reasonable solution. Yay! 3 plus 6 plus 5 plus 1 ist 15. 1 plus 5 ist 6. Unsere Rechnung. 7, Lotus. What do you guys think? I don't have a pro... I don't have a problem with it. Me either. Alright. Then we're good to go. Tür 2 bleibt jetzt halt außen vor, aber naja, das... Wenn es so ist wie vorher mit diesem Dilemma mit der Tür 3, dann ist es so, wir treffen uns nachher eh alle wieder zusammen. Und dann können ein paar durch Tür 2 gehen und gucken, was es da gibt. Also das ist auch kein Problem. At last, Junpei and the other 6 had managed to separate themselves into two teams. Clover, Seven and Lotus headed to A-Dick, where door 1 was, near the main staircase. Junpei, June, Ace and Santa, however, took the elevator to E-Dick. Oh, ich hoffe, dass es mit dem Mikro klappt. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder zu leise. Also... The ride to E-Dick was a silent one. Alright, let's go. Santa's words jolted them to action and they stepped out of the elevator into a long straight hallway. Before long, they arrived in front of door 6. One by one, they put their palms over the rat. Ich bin gespannt, was für eine Art von Raum das ist. With a soft electronic noise, it authenticated each of them. The door opened and all at once the four of them leapt through it. Fortunately, the dead was located easily in a... This one had been placed quite close to the door they'd entered through. Okay, nice. They gathered around it quickly and hurried, placed their palms on it for authentication one by one. Perfect! Oh, da sind Fische drauf auf dem, auf dem dead. Da sind Fische drauf? Hm. Alle in Stille. It stopped. Yes, it stopped. The countdown had ceased, but Junpei's heart was still pounding in his chest, like a frantic, thunderous drum. It felt as though it might shake itself up and out of his throat. Ach, komm schon. Ihr braucht nicht aufgeregt zu sein, ihr habt das ja schon so oft mitgemacht, mit dem rat und dem dead und dem explodieren und allem. He'd been through the doors three times before, but Repetition had not dulled the experience. Ja, okay. Dann halt nicht. He was not anxious to find a dulled, however. He hoped to be free of the ridiculous game long before that happened. Es ist bald vorbei. Wir sind bald bei Tür 9 schon. Oh, es ging schneller als gedacht. Alright, let's go. With that attempt at good humor, Junpei took a deep breath and began to walk. He jogged down the stairs at the end of the hallway and found himself staring at a large door. Oh, eine Metalltür. It was a heavy thing, made of iron and more than a little threatening. He took hold of the bar that served as a doorknob and shoved it down. Ich bin mir spannend. The room beyond stopped him in his tracks. It was gargantuan and made entirely of metal. None of the accents of wood or tile he'd seen in the rest of the ship. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dieser Satz, aber okay. The rest were too stunned to offer anything more than gasps. It was easily the largest room they'd seen, and yet it was somehow closed and oppressive. Ist das irgendwie so ein, äh, so ein, so ein, so ein, so ein Mechanikraum, wo sie damals so das Schiff, Also, ich weiß schon, was ich meine, so mit mechanischem Zeug und so. The ceiling was at least two stories high, if not significantly more. It was easily several hundred feet across, and appeared to stretch the entire width of the ship. Um, in the center of the gargantuan room stood a massive rounded building. Even from a distance, the sheer bulk of it was oppressive. Jumpei could feel the room, the building, even the air pressing down on him. Okay, das ist jetzt schwierig. Jumpei and the others were standing on several scaffolding that crisscrossed the whole area. The proper term was catwalk. Okay, wir sind auf dem catwalk. Jumpei thought, almost, that didn't seem particularly important. Alright, let's head downstairs. Machen wir das Beste draus, gucken wir uns um und, naja. Nearby was a long iron staircase that made its way eventually to the floor beneath them. Das wird dieses Mal, glaube ich, schwierig. Ein schwierigeres Rätsel. They moved around, toward the opposite side of the massive building, following the catwalk. They hadn't said much as they walked, but as they approached the building, A suddenly spoke up. It looks like the steam engine room. Ähm. Steam ist Dampf? Dampfmaschine! Ah, wir sind im Raum der Dampfmaschine. Okay. Wie ich gesagt habe, es ist so ein technischer Raum gewesen. The steam engine room? Yes. The thing that looks like a cross-section of a mushroom is the boiler. Do you see the, uh, do you see the three round doors near the bottom? Coal is put into doors and burned, which heats the water, producing steam. Ah, als erklärt er mir, wenn die Dampfmaschine funktioniert. The same thing that drives a steam engine. This one is simply somewhat larger. I see. Even if Ace was right, the boiler was boiling nothing as they approached it. The entire room was as silent as the grave. Suddenly. Jun Pain heard a noise behind him. He turned just in time to see June collapse to her knees. June, was ist los? June? Ist sie immer noch krank? Hat sie immer noch Fieber? Hey, what's wrong? Are you alright? He dashed toward her and wrapped his arm around her shoulders to steady her. It was then that he noticed. You. You're really warm. Sie hat immer noch Fieber. Vorher hat sie gesagt, es geht ihr gut. Ach, June. Is your Fieber coming back? Yes. Yes, it probably is. But. I'm fine. Please don't worry about me. Alter, June, wenn du mir stirbst, dann bin ich richtig pisst. I just need to rest and I'll be fine. Her voice was weak and forced, and it said a great deal more than her works did. Jun Pain carried her to the nearest wall and propped her up against it. She let her head fall back against the wall, as if she no longer had the strength to support it, and drew a rigid breath. Her eyes were empty, as if she was having trouble focusing them, and even speaking seemed difficult for her. Junpei felt his hands balled itself into a fist and clenched tight, his knuckles whitening. He had to find a way out, and quickly. He turned and looked at Ace and Santa and her. Alter, wie die beiden so gucken, so. Ey, what the fuck. Okay. They might not have shared the depth of emotion, but they certainly shared his concern. Immerhin, wir sind alle besorgt um Jun. Das verbindet uns drei Männer. Unsere Sorge um Jun. He didn't need words to impress the urgency of the situation. Alright, let's get started. Hang in there, Jun. I'm gonna get you out of here real soon. Together with Ace and Santa. She managed a small knot before leaning back to rest her head on the wall. I think it's probably here to move coal from place to place. It probably comes from over there. And then the belt carried us down the tunnel and out there. So if the conveyor belt was moving, yes, the coal would almost certainly come out here. Looks like a conveyor belt. It's not conveying anything right now. Okay, ich muss das Ding irgendwie zum laufen kriegen, dass wir Kohle bekommen, glaube ich. Das ist. The pillar goes up towards the ceiling. Okay, somewhere hier. Okay, hier muss ich also drei Sachen reintun. There are three slots here. They look like a niche in terminals or something. Look at that button. It's glowing orange, right? That's gonna mean something. I guess pressing it is the best way to find out if it does anything, Santa. Hmm, nothing. Ich muss die drei Dinger da reintun und da muss ich den Knopf drüber haben. So viel ist schon mal klar. Okay. A tunnel. It goes all the way across the ship. Okay. Drehen uns mal. Ähm. A golden gear. Oh, ein goldenes Zahnrad. Okay, ich muss irgendwie auch die Zahnräder zum laufen bringen. It looks like there's a door over here, in this tunnel. The belt over there must deliver the coal, which is then picked up and thrown into this door. The door appears to be wheeled shut, however. Okay, so this is where you put coal into the furnace. That's right. I had a look at it earlier, but it's rusted shut, I'm afraid. Perhaps you should check the other side. Okay, also diesen schon mal zu. Oh, would go of all of this thing. Na, na, ich weiß, da kommt die Kohle rein. There's a bunch of wooden boxes over here by the wall. Oh, I already looked through those. There's nothing there. There's a barrel under the stairs. Sweet. Unfortunately, it's empty. Oh, okay. Ah, nein, ich will noch nicht hoch. Nein, stopp. Nein, ich will nicht hoch. Okay. Ich... Also. Ich möchte... Kannst du mal bitte aufhören, diese Dinger anzuklicken, Jean-Pierre? Achso, das geht wieder dahin. Oh, das ist anderes. Ne, das ist ein anderes. Das ist ein Bronzegear. Oh, Gott. This has to be important. Okay, und das ist wieder ein kleines Gear. Ist das hier wieder? There's a small door on the side of this tunnel. It's will, it shut and won't open. Okay. Hier ist ein Silberness. It's a silvergear. Do you think it's made of pure silver? No way. Silver's way too soft to use it for a gear. It's gotta be steel or iron gear that's been coated with silver. Uh. Shouldn't have called it a silver gear, then. Shouldn't have got your hopes up. Um. Were you thinking you'd hold this thing back? Bitte, ich möchte Santa sehen, wie er das Ding hier rausnimmt und überall hin trägt. Das möchte ich gerne sehen. Nah, but I think seven could probably carry it. Don't you? Silvergear. Silvergear. I've got a feeling it's important. Das ist wieder ein kleines Gear. Ja. Okay, es ist irgendwas mit diesen drei Zahnrädern. Mit Gold, Silber und Bronze. Okay, gehen wir mal jetzt doch hier nach hinten. Ui. Look, Ace. It's some kind of snowman's secret meeting? Snowman's secret meeting? Oh, Santa, du bist so süß. Those are just bags full of sand. Gut gemacht. You use them as a counterweight when you're lifting something with the polysystem. Man, you're too serious. Okay, there are a number of cloth bags over here. There's nothing but sand in them. Das hier? There's a pair of wooden boxes here. There's nothing in them. Ach, komm schon. Wieso ist hier nirgendwo was drin? Keine Items, nichts? Ach, das ist das Silbergier. Okay. Wenn ich mich hierhin drehe, komm ich zurück. Okay, dann... Nein, ich möchte hoch, bitte. Nein, nicht feile. Ach, ich muss das alles noch abarbeiten. Da kann ich kurz machen. Ach, das ist lustige Rätsel. Yay. Yay. La la la. Yay, Map Screen. Calculator. Escape. Noch mehr Escape. Escape. Yay. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt hoch. The slider is down. Well, at least... Well, let's see if I can get this thing up anywhere. Oh, man. No dice. This thing isn't going anywhere. The slider is down. Looks like Santa wants to give this one a shot. Oh, damn it. Nothing. The thing... This thing won't budge. Okay. The slider is down. I guess Ace feels like giving it a try. Hmm. Nothing. It won't move at all. Let's move to him here. The three sliders on the left are down, but this one is up. There are number... There are numbers of lines engraved in these. I suspect we are meant to do something rather than specific with them. Junpei, why don't you move the slider down? Well, there's no harm in trying, I suppose. Nothing. Hmm? Nothing happened. Maybe it needs to be prepared somehow. You're saying if we did something somewhere else, it'll respond somehow? Yes, I suppose. That's one way of putting it. Okay. Okay. These two columns are different from the others. The lights are red. Okay. I have to do something somewhere else, so I can get it on. Let's move on. Hmm. One of the doors of the furnace. There's an A on it. There's a circular wheel in the center of the door. Alright. Let's give the sucker a twist. Süß. Well, it's noisy, but it opens. And it's totally pitch black in there. We should, um, go in here. Alright. Let's go. Oh, my menna-truppe is so geil. This looks just like the door we went into. Where are we? We must be in one of the other side, yes? Which would put us directly above the conveyor belt. Okay. At any rate, we should keep moving. There's a great deal we've yet to investigate. Ich bin gerade total verwirrt. Das ist so groß. Kommen wir jetzt von hier? Wo bin ich denn gerade? Ist das das Ding? Ja, okay. Gut, dann geht's bitte zurück. Okay, hier ist... Darf und da kommen wir. Hier ist nochmal ein Ding. Wo sind wir? Was ist das? Es sieht aus wie ein hand-operatetes Wind. Aber es sieht aus, dass es keinen Weg gibt, um es zu operieren. Okay, ich muss den Seilzug irgendwie aktivieren. Ich habe keine Items. Es macht mich so ein bisschen... Ja, ja, ja. Okay. Kann ich hier irgendwie runter? Ach, da ist die Treppe. Ach nee. One of the great metal rips of the ship. I think June's resting right underneath it. Hä? Ich komme hier nicht runter, oder was? Hä? Was muss ich denn tun? Hä? The catwalk. Okay. Zurück. Runter. Runter. Nein. Äh, geradeaus. Und jetzt hier. Was haben wir hier? Was ist das? Given its placement, this must unlock the door to the left. There's a weird indentation on the top of this thing. You think that means you have to insert something here? Yes, I would imagine so. Ich hab doch aber nichts. Oh, Mann. It looks like this unlocks the door. There's a depression here that looks like the unknown three of them. Oh, Mann. There's a thick iron door blocking our way. You think this is... Yes. It looks like the exit. Looks like this door slides up to the ceiling. Okay. Gut. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Was ich machen muss. Ich bin verwirrt. There's a pair of boxes. There are numbers of cloth bags. There's nothing but sand. Kann ich die nicht mitnehmen für den flaschenzug auf der anderen Seite? Okay. Nein, stopp. Zurück, bitte. Danke. Das ist Goldgear. A huge golden gear. I have... Yeah. Come here, bud. Run to this sort of arch tunnel. Nein, ich möchte die Tür nochmal anklicken, bitte. There's a small door on the side of the tunnel. It's ruled it shut. Dann ist hier wahrscheinlich. Bronze. Und da hinten. Silber. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. where you can put coal in. Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen... Ich hab nicht so noch nicht viel geschlafen und... Ja. It looks like a conway, but it's not coming in the room. Ja, was muss ich denn tun? Nein, geh nochmal bitte zurück. Ich hab hier auch so viele Zahnräder, ne? Ja, irgendwo. Ich hab auch keine Items oder so, die ich benutzen könnte. Ah, I can see an iron gate. It looks pretty sturdy. Okay. Ist hier denn noch irgendwas? The furnace for the massive boiler. I feel like I'm in a building built for another building. Okay. Okay. There are several catwalks. Spider ring. Okay, wir gehen nochmal durch die A-Tür. Hier ist sicher nichts. Stairs stretch from the catwalk to the boiler. Sicher? Hier ist echt nichts. Skifolding. Ich muss hier irgendwie runterkommen, glaube ich. Wie krieg ich die denn da an? On the end of the rope hanging from the winch. It looks like there's something in the box. Ah! This damn pile of boxes blocking my way. The furnace to the enormous boiler. Ja, okay. Sonst wirklich nichts? Mmh. Catwalk. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich gestanden, ich hab echt keine Ahnung. Hab ich denn nicht schon alles angeklickt? Ich muss irgendwie an dieses Ding rankommen. Was ist... Mit diesem Ding hat das was zu tun. The hand operated winch. I don't see a wheel to operate it with though. One of the great metal ribs of the ship. I think she doesn't rustling right underneath it. Well to be exact... She's really kind of to the left, not straight below it. I guess it's not really an important detail right now. Anyway, we should be directly above the corner of the conveyor belt here. Falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, das ist einfach nur mein Mitbewohnerkunde, der gerade nach Hause gekommen ist. I don't see a wheel. Ich hab keine Ahnung. Mir fehlt irgendwie irgendein Detail. Du möchtest hier ein Wheel haben. Warum nimmst du nicht einfach das Wheel von der Tür hier hinten und tust es da rein? Nein, nicht die Boxes. Ich mein die hier. Warum nimmst du nicht ein Wheel von hier? Ich versteh's nicht. Mann. One of the doors of the furnace. There's a Seat. Da ist noch eine Tür. Hey, wieso willst du da nicht durch? Junpei, warum willst du da nicht durch? Ach, Mann. Ich will da hin. Komm schon, ich will da hin. Ach, komm schon. Wieso? Wieso kannst du da auch nicht reingehen? Das ist sie. There are several catwalks. Ja. Wieso kannst du nichts machen? Ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß es grad echt nicht. Bis hier auf der anderen Seite haben wir nochmal genau drei Stück. A huge golden gear. Ein kleines gear. Ein rusty kleines gear. Hier hinten ist eine Zune-Tür. Gut. Gucken wir bei dem anderen. Das ist Bronze gear. Das has to be important. Ja. Und ein kleines gear. There's a small door in the side of the tunnel. It's wielded shut and won't open. Geil. Gut. Nächstes. Hier hinten ist das Silber gear. I've got a feeling it's important. Ja. Und das kleine gear. Wieso habe ich hier so viele fucking Zahnräder? Ich hab aber keine Kohl. Aaaaaah. Stair stretch from the catwalk to the boiler. Ja. Ich weiß. Da oben war ich schon. Ich hab ehrlich gestanden nicht. Keine Ahnung. Ich bin überfragt. Ist in dem Tunnel was drin? A tunnel. It goes all the way across the ship. Ich hab hier echt gar nichts. The bottom is glowing orange. Nothing happens. There's a square hole on the side of the tunnel. There's three slots. They look like connection terminals for something. Ich bin echt überfragt grad. Ich hab echt keine Ahnung. Ich möchte auch nicht in der Lösung nachgucken jetzt. Das ist mir noch zu frisch. Da muss irgendwo etwas sein, was ich übersehen hab. Ich hab hier noch was. Das ist the bottom of the massive boiler. Kann ich hier nicht irgendwie was anderes noch angucken? The opening of fueling the furnace. Ich hab aber nichts. Das ist the bottom of the massive boiler. Okay. Ich hab irgendwo was übersehen. Nein, nein, nein. Das ist the huge oven for the boiler. There are three open areas. Each of the open areas has the gear in it. Das wissen wir. Hier. Ne, das ist nur das Silver Gear. Kann ich die Sandseki nicht mitnehmen? There are numbers, there is nothing but sand in them. There are pairs of boxes. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? There are numbers of wooden boxes. Piled up at the bottom of the stairs. They are all empty. Da muss irgendwas rein. Ähm. Und hier ist nichts. The thick iron door blocks our way out. It's probably the exit. Okay. Hier brauch ich erstmal gar nicht mehr gucken, weil hier ist nichts. Hier. Das Treppe. Was? What's so important? Look at those stairs. Look at them. Carefully. Okay. That gap. That height. That angle. It's perfect. Was? Perfect? Perfect for what? Whatever. Just bring Clover here right now. Was? Tell her she needs to walk up and down these stairs. Hey, was? Huh? Clover is not here. What the hell is he talking about? Was? Wie bitte? Okay. Zurück. Was ist damit? Hey, was ist mit den Treppen? Hey, rede doch mit mir. Was ist denn mit dieser dummen Leiter? Bitte, erklär's mir. Ich will's wissen. Was ist denn mit der Leiter? I don't really get it, but apparently the stairs are perfect for something. Jetzt hoch gehen oder nicht? A catwalk on the upper floor. There's a staircase that reaches out from the catwalk to the boiler. Hey, hey, ich versteh's nicht. Leute, wisst ihr, wie's weitergeht? Wenn ihr, wenn ihr Vermutungen habt, was ich vergessen hab, dann schreibt's in die Kommentare, bitte. Oder macht mal eure Vermutungen, weil ich bin jetzt echt überfragt. Und deswegen, ähm, werden wir die Episode jetzt hier beenden. Ich werde speichern und dann werden wir gucken, dass wir das nächste Mal weitermachen. Äh, falls das dann auch nichts bringt, werde ich's dann auch vielleicht machen. Aber erstmal werden wir uns das nächste Mal nochmal angucken. Und ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Äh, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat. Und es tut mir wirklich leid, falls es mit dem Mikrofon wieder irgendwie zu laut oder zu leise oder zu keine Ahnung was ist. Ich versuch's zu fixen im Editieren, falls irgendwas ist. Aber ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, falls irgendwie was ist. Äh, ja. Tut mir leid, dass wirklich fast nichts passiert ist in dieser Folge. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.